hallo leute und hier zum ersten mal der raptor ich habe meinen youtube namen umgeändert weil ich fand gaming devon war bisschen lame also ich habe hier auch das intro von der raptor also sage kommt es jetzt gleich aber okay also jetzt heiße ich der raptor und nicht mehr gaming devon dann sehen wir uns nächstes mal und ciao